Ich bin einfach durchgehend schlecht in diesem Spiel. Mach-Game. Es gibt selten ein Game, wo ich so beschissen war, wirklich. Kevin! Kevin! Warte mal, ist das hier Rick oder Morty, den ich grad hab? Habt ihr das geguckt, das war so lustig, woher ne Gurke war? Gurken-Rick. Ich hab Rick und Morty nur so drei, vier Folgen geguckt. Ich fand's echt nice, aber ich hab's nie weit lang geguckt. Gurken-Richard. Hallo. Wie lustig. Okay, okay, let's go. Es ist so Comedy Gold. Mein Game ist gecrasht. Es ist voll wieder ein Game gecrasht. Ja, bei mir passiert grad gar nichts. Haben wir jetzt alle Doppelsprung? Ne, nur ich. Also ich hab gar keine. Wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Oh ne, ich bin geplatzt. Vielleicht kann ich jetzt gleich mitspielen. Nochmal. Schreib mal dein Game neu. Ein paar Sekunden später. Ich bin Gurken-Richard. Von Kuchen buchen soll ich dir sagen, dass du dich löschen sollst. Leute. Also das Game ist wieder gecrasht. Komplett ist ein Much-Game, Alter. Drei Euro dafür bezahlt. Das ist einfach nur belastend. Okay, ich hab in Realtalk keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß nicht. Boah, das ist ja übel, ey. Boah, Bro. Oh, das ist ja furchtbar. Das ist ja Jumbo-Cancer, Alter. Digga, das ist jetzt die ganze Zeit. Wie? Oh mein Gott, Digga. Oh, der King. Komplett belastend. Komplett belastend direkt. Und wir können noch mehr Games freischalten. Sehr geil. Was, was geht jetzt hier? Was müssen wir hier machen? Weiß ich nicht. Die markieren. Könnt ihr springen. Worum geht's? Kann man nicht springen. Wir müssen, glaube ich, so viele markieren wie möglich. Okay. Aber das mit dem Richtungswechsel, ich versteh's halt nicht. Easy, Dude. Ich hab gar nicht aufgepasst. Hä? Ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Okay, das ist jetzt, dass die Blöcke verschwinden unter uns. Hä? Oh mein Gott. Ich hab Insta, wie gesagt, warum hab ich gewonnen? Das ist richtig Cancer, ja. Ich hab einfach gewonnen. Wegen was? Mucht-Game. Wie gesagt, warum hab ich gewonnen? So, jeder sagt mal seine Farbe. Ich bin gelb. Ich bin blau. Wohin tot? Okay. Oh ja, jetzt ist geil ohne Mutation. Sauer Neugen. Oh mein Gott, ich fang den Idiot. Easy. Was war das jetzt hier? Markieren. Wir sind grün, Alter. Lösch dich. Junge. Easy. Easy. Let's go. Digga, Kevin. Komplik, der f*** einfach. Okay, nochmal. Winner POV, Dude. Okay, das ist jetzt wieder TNT Run. Oh Gott. Das ist eigentlich ganz nice, dass man immer so markiert bekommt, wer man ist. Also für die Zuschauer, wisst ihr? Hey, wegen was bin ich gestorben? Was ist das? Das ist gar nicht mein Spiel, bin ich ehrlich. Gar nicht mein Spiel. Okay, das ist jetzt Speedrun, ne? Ja, Digga, eklig. Ach, die roten Blöcke töten einen. Digga, ich muss so los. Unentschieden, unentschieden. Aber man kriegt fünf Punkte, wenn man... Also, okay. Ja, ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal getten, was hier abgeht, Alter. Ja, man muss das mal rein. Was ist das für ein Modus, Jungs? Ja, man muss die Krone halten. Wer am längsten die Krone halt hat. Insgesamt. Genauso wie mit dem Blöcke markieren. Oh mein Gott, ich hab viele Sekunden, Pock. Ich bin einfach durchgehend schlecht in diesem Spiel. Durchgehend. Ich hatte sie kein einziges Mal. Warum kriegst ihr nicht die Krone, wenn ich die abmache? Oh, oh! Muss man irgendwas drücken, um sie wegzunehmen, oder was? Ne, einfach nur durchlaufen. Nur durchlaufen, nur durchlaufen. Much-Game! Revy ist einfach bad in jedem Game. Ey, wie auch immer mich da blockt Jungs. Hey! Hey! Junge, hör ich den Ball von Revy an, du. Einfach so ein halber Zentimeter, du. Oh, das ist Hot-Potato. Was ist das? Hot-Potato? Ach so, okay. Einer hat die Bombe, okay. Ist das so Battle Royale-mäßig? Ja, denke mal. Oh mein Gott, du. Ich bin tot, was? Lösch dich, du. Alter, unfair. Ah! Nicht sprich! Ah! 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 Was? Guck dir meinen Ball an, wie klein der ist. Das ist jetzt markieren, ne? Markieren, markieren, markieren. Ne, ich hab's nicht. Oh mein Gott. Oh, let's go! Das ist so. Komplett. Junge, Revy. Das ist so ein Drittel oder so. Ich bin so langsam, Alter. Ich hasse das Game. Ich tryhard jetzt richtig rein, Jungs. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Digga, guck mal, wieviel Punkten ich hinten hänge. Ja, was für ein Scheiß-Game, Alter. Spiel dir alle mit Controller. Ey, das ist so schwierig mit Tastatur. Bitte choke, wenn ich noch Zweiter. Oh mein Gott! Junge, bist du scheiße. Du bist noch dümmer als ich, Alter. Ey, das ist so schwer mit Tastatur. Deshalb parliere ich auch die ganze Zeit. Ja, mach mit Controller, buddy. Ich habe doch keinen Controller, Alter. Hot Potato. Oh Gott, nee, das gibt es nicht. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Bad, Andy. Oh Gott, das war so schlecht. Ah, Digga. Ey, ich habe immer mit Tastatur gar keine Chance damit. Wir müssen ekel in den Maul tasten. Was? Ich habe keinen Controller hier. Naja. Ach du Scheiße, Dude. Ey, so lächerlich, Mann. Digga, ich bin hier so chancenlos, Alter. Absolutes Scheiß-Game, wirklich. Ich habe noch nie so wenig Spaß. Hab ich? Ey, Junge. Ich kriege die ganze Zeit null Punkte. Der König. Ey! Was? 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 Boah, echt geiles Game, wirklich. Ich bin so hohl. Same, ey. Guck mal hier. Was ist das? Das war da gewesen. Ja, Bro. Wie soll ich denn da rüberkommen, Alter? Guck mal, wie lost ich mit meiner Tastatur bin. Ich komme da nicht mehr hoch. Junge, ja, Moin. Ey, Samer, Junge. Also das Spiel ist wirklich einfach nur schrecklich. Ist das schön, das war mit allem so viel Spaß zusammen. Ist das bodenlos? Ja. Ey, wer hat mich da runtergekriegt? Wer war das Scheiß-Papa-Platte so dumm von dir, Kevin, Alter? Wirklich? Bro, das war so bad. Du, ich bin so trash. Weg. Big Mac, weg mit ihm. Bleiben die oder was? It was at this moment that he knew. Junge, der auch immer blöde ist, Alter. Ich bin auch so dumm. So dumm. Ja. Junge, Basti auch so lost, Alter. Ey, Jungs. Ey, es gibt selten ein Game, wo ich so beschissen war, Digga. Wirklich. Bowing box. Bowing box. Boah, ich will diese Anime-Frau. Ich will die aber töten. Wir sind aber auch so dumm hier unten. Kevin, wir sind so dumm. Guck mal. Was ist die andere? Kevin, geh mir doch einfach. Kevin, geh mir doch einfach mal. Löschig. Kevin. Alter, löschig. Wer ist denn da oben? Nee. Ey, Karl, so schmack. Nee, wie der letzter, Junge. Ey, Kevin, warum? Du verlierst doch auch, wenn du so spielst. Ey, das ist das Game, was ich in der Hölle... Ja, leck mich am Arsch, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Jungs, auf Spectator-Basis hier am Start. Ganz nice. Loser 4-0-Wi. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Oh, ja. Revi hat gewonnen. Junge, er hat die letzte Runde jetzt einfach ins Lappel. Es wird wirklich einfach verdoppelt, Junge. Mit einem Geld. Junge, einfach verdoppelt. Kevin. Mann, Revi, lösch dich einfach. Nee, du raffst es einfach nicht. Wie dumm du bist, Junge. Wer ist denn grün? Du bist so dumm, Alter. Oh, mein Gott. Löscht euch einfach. So unlogan. Da wurde was zusammengezählt, wirklich. Was macht Revi? Was springt? Ich bewege. Jetzt vorsichtig mit dem Blitzen, ja? Hocher Basti. Basti, boom. Mein Gott. Oh, mein Gott. Eeeey. Junge, Basti, du... Oh, mein Gott. Revi hat einfach so wenig Punkte, die wir da nicht mal hingeschrieben. Stehen. Er halbt so die Zahl bei Revi. Gib's ihm, Kevin. Hab ich. Zeig's ihm, Bro. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Revi. Oh, mein Gott. Okay, lasst mich einfach gewinnen, Jungs. Epic. Oh, nee. Kevin. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Du bist so ein dummer Huhn, Renni. Ja, so verdient, Digga. Ich schwör, ich schwor in deiner Zehn-Punkte-Brühe, Alter. Nee, ja. 20. Nein, Basti! Guck mal, Revis, Revis, Punkte, so steht er nicht mal einfach. Basti. Das dürften so 20 sein. Kackes Comeback, Basti. Kackes Comeback, Bro. Der Burger. Kackes Comeback, Basti. GG. Danke, danke. GG, Lutz. Ohne Mist. Ey, wirklich. Und das an deinem Geburtstag einfach. Du hast nicht Geburtstag, oder? Alles Gute. Danke, danke. Ich weiß, du hast drauf gewartet. Echt? Krass. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, haben wir jetzt neue Mini-Games, ja? Okay, let's go, Jungs. Ich bin so motiviert. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, du. Halt's ab! Oh! 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 Aber war nicht schlecht gespielt von mir. Schöner Start. Für Tastaturspieler war das legendär. Wer jetzt jetzt zu den Bonbons kommt, stirbt. Diabetes mit seinem Life, Alter. Wo sind die Bonbons? Halt's ab! Hier ist noch einer bei mir. Was? Gib mir doch... Also, es gibt immer dann... Aber anfangs vier, dann... Oh, ist das behindert. Ich hab's nicht. Also, das ist wirklich ein dummes Game. Ich bin wirklich einfach geistig behindert. Wirklich, meine Eltern müssen Geschwister sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, das ist der Baukletze Shit. Ja, ich weiß aber nicht, wie man baut. Das ist das Ding. Ich kann nicht bauen! Ich drück alle Tasten! Ja, man muss Viereck... Also... Ja, was? Was? Ich drück eine Taste, die ist Viereck. Ich was? Ist einfach Zeit, sich das Leben zu nehmen, glaube ich. Ne. Ja, das hab ich noch, ja. Oh je. Stark. Bro, Karl ist insane! Oh nein! Wir sind in einem Team! Nein! Oh mein... Ihr seid in einem Team. Egal, das... Vielleicht gewinnt ja Revi dann auch. Komm Karl, let's go! Oha, wie OP, Alter! Ja, hä, wie dumm! Ja, lass mal 2 und 2 machen, das wär safe geil! Lass Reset, dann Karl und Revi... Karl und Revi gegen Basti... Oh nee, Alter! Ja, komm, raus, raus, raus! Okay Karl, wir beide gegen die, ja? Ja, okay. Okay, Bro. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir uns auch gegenwässig Komme geben können, aber passt darauf. Ja. Ja, wäre schlau. Oh shit, ich hab's... Ja, ich geh drauf, Basti. Perfekt. Ich könnt's nachgeben! Get rekt, Bitch! Karl, du hast das! Ja! Ja! Nein! Oh mein Gott! Nein! Du bist noch mal zu lieben da oben! Bitch! Ich hab alles gegeben, Karl. Ja, ja. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja, Moment. Hey Karl, du hast das! Nein! Nein! Ich hasse es! Du warst zu gierig, Karl. Du warst zu gierig! Auch nicht die Seiten vergessen. Mhm. Steht auf Null. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, das ist halt krass, wie wir das dominieren. Ja, Karl, wirklich. Ich hab alles gegeben. Du hast mal reingeschissen. Alter, holy shit! Ja, Alter. Nächste Runde anderes Team, Realtor. Hey, du kannst doch nicht mir die Schuld geben! What the fuck, Alter! Jetzt wurde mir letztens vorgeschlagen auf YouTube Ringing the Bull. Auf meiner YouTube Startseite. Alter, Revi, was hast du gemacht? Ich hab aufs Handy geguckt. Mein Teammate hat aufs Handy geguckt. Hab ich das gehört? Ja, ich hab grad eine Immobilie über den Schnellkauf gemacht. Ja, jetzt kämmen wir mit Revi. Ja, kämmen wir mit Revi. Komm, Basti, wir holen das. DJ Basti Boom. Basti mit Revi. Revi, kennst du die Steuerung inzwischen? Nein. Na, it's real talk. Bro, nein. Ich hab alle Tasten durchprobiert. Okay, Revi, wir holen das, ja? Was? Ich nehme mal meinen neuen Modus. Guck mal, das ist lila. Was? Du musst den Ball an, um Immunität zu erhalten. Was macht man da? Du musst den Ball anstoßen, um Immunität zu bekommen. Was macht man das heißt? Guck mal, dann kriegst du so ein Schild. Aber vorher brauchst du ein Schild. Dann nimmst du die Tür irgendwann. Ah. Ich hab's geholt, Kevin. 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 Ja. Aber wir nehmen es uns selber weg, ne? Ja. Nein. Na, stark, Kevin. Hm, ne, das haben wir nicht. Oh, nein. Wir werden so abgezogen. Man ist so schlecht mit Revi zusammen. Hä, Digga, ich hab eben die Runden geholt. Was? Was talkst du eigentlich? Wie schieß ich denn? Ja. Jungs. Oh, das kann ich ganz gut. Tetris? Ich bin direkt tot. Oh, Mann. Okay, jetzt. Gleich muss Basti noch mit mir spielen. Weil, wenn alle mit mir verlieren, dann liegt's wirklich an mir. Ansonsten... Ansonsten seid ihr schlecht. Ich kann's gar anders sagen. Ansonsten sind ja ein Schiff. Ja, Deixa ich rein, Alter. Kevin. Wer ist mit wem? Ich mit Basti natürlich. Okay, geil. Das Spiel hat mir so einen Muchskin zugezogen. Wer ist diese eklige Biene, Alter? Das ist eine Fliege. Eine Spinne, oder? Ja, ich weiß. Okay, wie schieß ich? Warte, wo steht das? Ich hab mir keine Beschreibung. Real talk! Oh, nein! Zu mal le迫! Sorry. Wie schieß ich denn? Joby, Leute. Aua. Ich hab ihn geholt! Und ich weiß nicht mal wie ich geschossen hab, aber ich hab ihn geholt. Er hat sich einfach selber nicht bewegt. Uff, Alter. Passi, Junge. Kamikaze. Ja, ja. Ja, richtig sehr gut. No way. Man muss halt auch wissen, wie es geht, Jungs, wisst ihr? Ja, okay, ich verstehe. Ja, diese Fliege sieht so heftig aus. Ey! Karl! Ich mag nicht drüber reden, bitte. Oh mein Gott, Karl ist insane. Oh mein Gott, Karl ist echt cool im Game. Ja, guck mal, es kann ja nicht an mir liegen. Ich denk mal, es ist einfach, weil ich keinen Controller hab, deshalb. Aber hat Spaß gemacht, Jungs, wirklich. Ich weiß nicht, wie es das heim ist. Ich weiß nicht, was er angenehm Okunner kam nicht. Ich weiß nicht, wie es gibt das Centre do Manyak� oder? Nein. Abanaх�ア отдánh Mutern. Im Fynn.